Hallo an alle, die sich sonst auch für Kinderschuhe interessieren und die Themen, die damit zu tun haben. Ich habe mir gedacht, aufgrund der Jahreszeit wende ich mich einfach mal der Frage zu, warum Kinderschuhe teilweise doch so recht teuer sind, wie manch einer meint. Aber die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Je nachdem, was ich natürlich für eine Qualität haben möchte, muss ich auch bereit sein zu zahlen. Wir wollen mal eins ganz vorn weg stellen. Über die Schuhe oder die Marken, die ich jetzt rede, die setzen schon mal ein gewisses Qualitätsniveau voraus. Das heißt, sie haben geprüfte Leisten, die werden also nicht irgendwo zusammengeschustert auf ausrangierten Leisten, die keine Gültigkeit mehr haben, weil das gibt es in der Schuhindustrie auch. Denn die Kinderschuhhersteller, die sich reinweg nur mit Kinderschuhen befassen, lassen ihre Leisten aller Jahre lang überprüfen und passen die den anatomischen neuen Kennzahlen an. Das heißt also auch, man hat also festgestellt, dass die Füße sich im Laufe der Jahrzehnte ja doch immer vom Aufbau Länge und Breite verändern. Und das hat jetzt auch nichts mit dem WMS zu tun, sprich also mit den weiten Maßsystemen der deutschen Kinderschuhhersteller, sondern hier geht es einfach um die Veränderung, die die Gesellschaft, die Zivilisation so mit sich bringt. Hier kann man also bei diesen Lieferanten wirklich auf der sicheren Seite sein oder sich dessen sicher sein, dass man hier Schuhe kauft, wo der Lieferant weiß, was er produziert. Bei vielen Billiganbietern muss ich sagen, wenn ich die irgendwo in der Wühlkiste sehe oder beim Kaffeeanbieter, beim Textilisten, die es da auch einige gibt, die da zur Ergänzung ihrer Textilkollektion Schuhe produzieren, da muss ich sagen, da sollte bitte Vorsicht geboten sein, es sei denn, es ist der absolute Ausnahmeschuh, ohne dem das Kind jetzt nicht gewillt ist, das Geschäft zu verlassen. Aber ich sage es mal so, wir reden hier von hochwertigen Kinderschuhen. Das heißt, es fängt für mich bei dem verwendeten Material an. Wir haben es fast immer mit Lederschuhen zu tun und davon gehe ich, ich sage mal, bei unseren Lieferanten zu 90, 95, 97 Prozent immer davon aus. Es sei denn, es sind vegane Materialien oder stoffliche Materialien. Aber wir haben es immer mit einem super tollen Werkstoff, nämlich Leder zu tun, was ich einmal als Glattleder bekommen kann. Ich kann es einmal in der angeschliffenen Version bekommen, dann nennt es sich Nubukleder. Und wir haben es auch einmal hier mal in der Kombination mit genarbten Glattleder und in der Kombination mit Velourleder zu tun. Da seht ihr hier, Velourleder ist immer ein bisschen faseriger, struppiger als das Nubukleder. Nubukleder erinnert so ein bisschen an die Pfirsichhaut. Ja, so, und nun muss man natürlich eins sagen, Leder ist ein Werkstoff, der Geld kostet. Den kriege ich jetzt nicht, ich sage jetzt mal, den Doppelzentner für einen Appel und ein Ei, sondern ich muss natürlich auch mit sagen, alle Kinderschuhlieferanten achten auf eine ordentliche Qualität. Das heißt, sie sind chromfrei gegerbt, sie haben meistens eine vegetabile Gerbung, Schadstoffe werden auf ein Minimum reduziert. Und deswegen muss ich sagen, das kostet eben dann halt alles ein bisschen mehr und ich sage mal mehr als die 50 Euro, die man vielleicht bereit ist auszugeben. Nächster Aspekt ist dann immer noch mit das Futter. Viele verwenden, um den Preis zu drücken, ein synthetisches Innenfutter, was natürlich für die Atmungsaktivität und das Fußklima nicht so besonders ist. Ich sage immer, schaut rein in die Schuhe, guckt sie euch an. Gegebenenfalls auch mal dran riechen, man riecht, ob es Leder ist oder nicht. Ja, aber wer zum Beispiel wie hier ein super tolles Kalbsleder verwendet, Kalbsleder ist eigentlich das teuerste Material neben einem wunderbar gegerbten Schafs- oder Ziegenleder, das teuerste. Das wird hier als Futterleder verwendet. Ja, oder wir haben es mit einem Wollfilz zu tun, gerade jetzt passend für die Jahreszeit. Nichts Synthetiges, kein Genile, kein Polyester, sondern Wollfilz. Ja, dann die gängige Variante und das ist leider ein bisschen die preiswertere, aber nicht deswegen umso schlechter, weil die wird, ich sage mal so, von 90 Prozent aller Lieferanten verwendet. Das sogenannte Plüsch- oder Teddyfutter, Polyester, Acrylfutter mit einer super wärmenden Eigenschaft, was aber auch schnell wieder trocknet. Und dann kommen wir zu den neueren und meist oder meist nachgefragten Futtermaterialien, auch jetzt passend für diese Jahreszeit. Nehme ich einmal das reine Wollfutter, wie hier in etwas Braugraunton eingefärbt oder was sozusagen die Creme de la Creme wäre, reines Lampfel. So, Lampfel bedeutet, ich verwende bei diesem Schuh zwei Lederstücke. Einmal für das Außenmaterial, einmal für das Innenmaterial. Und wenn ich schon gesagt habe, es handelt sich dann immer um ein hochwertiges Produkt, dann sind Sie mir bitte nicht übel, wenn gerade dieser Schuh über 60 Euro kostet. Ja, ich sage aber auch, die Kinderfüße sollten es einem wert sein. Auf der anderen Seite ist, diese Schuhe vertragen mehr als einen Träger, das heißt, die gehen nicht gleich kaputt. Montagsschuhe gibt es überall mal, aber glauben Sie mir, die Reklamationsquote bei meinen Lieferanten liegt unter drei Prozent. Ich glaube, dass von diesen Zahlen würde jeder Discounter träumen. Und in diesem Sinne möchte ich, dass Sie einfach ein bisschen mehr auf die Schuhe achten, die Sie demnächst Ihrem Kind anziehen. Und vielleicht entscheiden Sie sich dann doch beim nächsten Mal für das höherwertige Modell. Das wäre schön. Also, bis zum nächsten Mal.